nun ja die folge hätte auch heißen könne gehen sie auf jeden fall nicht über los oder mein lieblingsspruch zur zeit ist ja nehmen sie einen wagen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of friends mit mir dem torsten der so ein bisschen abstinenz war also ich war jetzt in der letzten woche nicht so hyper aktiv das lag sicherlich daran ich hatte eigentlich gedacht ich bin aktiver aber ich hatte dann doch ja ich habe eine woche urlaub gehabt und ich habe die woche urlaub dann doch anders genossen als dass ich eigentlich gedacht habe ich spiele auch mal ein bisschen mehr clash of friends ich habe sehr wenig clash of friends gespielt gerade in der liga woche ist das natürlich ein bisschen bisschen nachteilig also ich habe ganz ich habe ich habe ganz ich habe ganz wenig geübt also noch weniger als ich das dass ich sowieso kaum übe aber das hat sich natürlich auch in der liga bei mir so ein bisschen ausgewirkt also zumindest mit den rathaus 13 haben wir aber hier den aufstieg nicht verspielt wir haben die liga in jedem fall gehalten ich habe das wir was ich eigentlich schon gemacht hatte ich hatte schon eins fertig das habe ich jetzt doch wieder weggeschmissen weil ich gedacht habe naja vielleicht kannst du es doch noch ein bisschen aktueller bringen also zum ende der liga hier und deswegen habe ich mich heute morgen noch mal hingesetzt und habe gedacht das ganze jetzt noch noch mal aus einer anderen perspektive auch nämlich aus der perspektive natürlich des clans gsi warrior in dem wir ja von spätze mit soos auch die liga spielen in chem 2 und es sieht aktuell eigentlich ganz gut aus wir haben jetzt ein zwei drei vier vier siege und ich habe auch einen ganz dicken fail also wenn ich ja dann schon fail mache dann ja richtig mit schwung also wenn schon scheiße dann richtig mit schwung und es ist mir aber auch nicht das erste mal oder beziehungsweise doch ist es mir nicht das erste mal passiert aber beide angriffe die ich euch von mir zeige sind relativ identisch was zumindest das device angeht denn ich habe beide am handy gemacht weil ich irgendwo ganz sichere kiste gehen wollte dass ich die verbindung nicht verliere und dann war ich sowieso nicht hier oben war unterwegs da geht das sowieso nicht dann müsste ich schon ein großes tablet mitnehmen müsste dem dann irgendwie weil es land verpassen über ein hotspot oder sowas aber an viele sachen denke ich auch nicht beziehungsweise ich denke dann immer ich bin rechtzeitig wieder zu hause ist manchmal nicht so der fall aber ihr seht das hier wir gegen 16 zu 27 zurück als sieht eigentlich noch naja es könnten unentschieden werden es könnten unentschieden werden denn wir haben hier auch schon den einen oder anderen ein stern hingelegt auch schon drei stern aber ich glaube es war der krieg 5 den hatten wir sowieso schon gewonnen wo mir dann das erste dilemma passiert ist ihr seht hier oben ist eine base offen geblieben ich zeige euch den angriff ruhig also daran kann man sehen dass ich eigentlich ist eine kopie von einer base also ich wollte einen angriff kopieren habe aber jetzt auch erst im nachgang gesehen dass ich mit meiner queen mal stimmt schon gegen zwei single infernos ankämpfe ja schon ziemlich ziemlich tricky und meine queen sollte eigentlich auch richtung 12 uhr laufen ist auch nicht ist dann unten rum gegangen okay aber irgendwo kannst du so einen angriff eigentlich immer immer irgendwo retten aber hier habe ich dann die truppen irgendwann nicht rausbekommen das werdet ihr gleich sehen wenn ich die miner setze und auch die hocks die miner kriege ich noch raus aber dann kriege ich nicht umgeschaltet auf die hocks und so weiter und so nahm das drama hier seinen lauf also erstmal erster inferno weg und da habe ich es auch selber gesehen ach du herr jene mit den mit den infernos hier ich hatte jetzt auch kein doch ich hätte ich hätte den ja noch friezen können selbst schuld dann hätte ich noch gepackt aber dann wäre die queen auch richtung des nächsten infernos gelaufen und den hätte ich dann nicht mehr geschafft dadurch dass mir dann der frieze ausgegangen ist aber ihr seht es auch schon unten fehlt mir auch ein zauber mir fehlt unten auch ein zauber denn ich habe zwei gift dabei naja okay also wie gesagt wenn schon misst mit schwung oder überhaupt misst dann richtig mit schwung und hab dann noch am ende versucht den blimp hier noch mit rein zu bekommen das ist mir aber auch nicht gelungen jetzt kommt auch erstmal clanburg raus und ihr seht ich lass auch unheimlich dann übergehe ich auch sehr sehr viel dann sehe ich einiges auch gar nicht jetzt nehme ich erst den gift er ist unheimlich spät geworfen ich hätte eigentlich gleich bei darauf ballern sollen auf die hexen auf die skelette und in der mitte schaffen es nämlich meine truppen nicht mehr das rad auszuholen weil ich auch kein zauber mehr hatte alles schon verbraten alles für null prozent hier und vier x bögen die auf boden stehen so heftig auch das habe ich nicht gesehen meinen zweiten angriff habe ich mit ich glaube heute mit 89 prozent gemacht und dann mal einen drachen angriff genommen da hat es ein bisschen besser funktioniert da habe ich zumindest das mal ausgenutzt dass vier bögen auf boden stehen aber der hier war lupenrein ein lupenreiner ultra fail und naja dann ist es auch nichts sich jetzt darüber zu ärgern oder im nachgang ärgert es mich natürlich aber also in dem moment wo die situation da ist kannst du halt nichts machen da kannst du sagen okay scheiße das war nicht so prall also wir werden hier in jedem fall die liga halten denke ich mal wir werden weiß ich nicht dritter oder vierter glaube ich zumindest mal und damit gibt es dann doch wieder ein paar medaillen 452 45 also auf der seite sieht es noch ganz gut aus ich gehe jetzt auch raus hier denn ich mache hier nach dann bei spätze 2 ja hcwl match glaube ich habe ich gemacht habe ich denn hoffentlich gemacht ich nehme das jetzt ja etwas früher auf als das hcwl match bei spätzel ist und deswegen springen wir jetzt mal in ein anderes dorf beziehungsweise in einen ganz anderen clan wo wir mal so richtig in den topf gegriffen haben bis gleich denn ich hatte euch ja gesagt es geht noch besser also hier mit dem avatar 14 auf 14 konnte ich meistens im clan der von den herausforderern meistens den gegenüber machen musste also nicht irgendwo getappen oder musste schon ab und zu mal 13 machen war aber alles nicht so schlimm und der anfang eigentlich gar nicht mal so schlecht eigentlich gar nicht so schlecht aber auch hier wieder queen gegen single inferno gleich und das bricht mir immer irgendwo das irgendwo bricht mir dass das genick kriegen sollte allerdings auch richtung 6 uhr laufen und ich mache jetzt allerdings gleich noch mal eine mauer hier auf und dann läuft die eigentlich läuft sie gut richtung adler die mauer ist auf jeden fall auf der mauerbrecher der fass vernichter hier ist raus ich habe den den adler schön schön rausnehmen können alter was zuckt die da viel okay muss ich da immer zu den skeletten drehen und jetzt habe ich beide infernos auf mir ein single ein ein multi das ist nicht so schlimm aber ich muss jetzt meine queen leider schon zünden bzw ich glaube es war die selbst zündung und jetzt kommt hier gleich der king ihr seht ihr habt im hybrid am start wollte eigentlich noch ein bisschen die clan bruch gelockt haben habe ich aber nicht mehr geschafft an der stelle und so geht mir die queen hier flöten also die ist schon mal weg und dann auch hier versucht irgendwie was zu reißen erst mal den dicken hier raus der geht jetzt eigentlich noch eine ganz gute richtung wie ich finde der hat ja jetzt keine andere chance ich hätte ihn jetzt noch woanders reinschicken können aber ich hätte dann nicht gewusst wie ich den in diese base rein bekomme und so musste der hier erstmal außen lang immer noch klar immer noch nicht gelockt außen schon mal ein bisschen bisschen was was weg gemacht denn meine meiner und meine hocks sollten natürlich jetzt richtung bitte gehen okay hat nicht funktioniert und da seht ihr das hier kriege auch meine hocks wieder nicht raus also ich krieg das da unten nicht richtig schnell schnell genug umgeschaltet in der leiste was natürlich sehr schade ist blimp noch mit rein um hier vielleicht doch noch was zu retten der gift war mal gar nicht so schlecht also da ist in jedem fall alles drin aber der blimp kommt hier konnte auch nichts mehr ausrichten und da ist einfach zu viel feuer in der mitte auch wenn ich da noch mal ein heil werfe fris wäre vielleicht besser gewesen an der stellung und ich habe jetzt noch ein heil über aber auch hier essig 44 prozent und den habe ich allerdings vor der nullnummer gemacht vom von thorsten das heißt also rein folge mäßig habe ich den einen tag vorher glaube ich gemacht oder am gleichen tag habe ich den sogar gemacht wie meine nullnummer in dem anderen clan aber damit stehe ich nicht ganz alleine da und das ist eigentlich das coole wir haben da schon auch wir haben da schon ausgiebig rüber gelacht aber seht selber denn wir haben hier noch jemanden der sicherlich ultra überrascht war als er dieses bild hier sah also wenn du dann unten in die leiste guckst und stellst fest da fehlt was also es geht es geht immer noch besser du denkst du bist schon der beste nein es geht besser naja aber man kann sowas natürlich auch ohne helden irgendwo retten gar keine frage man kann das natürlich auch ohne helden retten also jetzt bin ich nicht so ganz weit weg aber wir haben da schon drüber gelacht leute ich kenne ja die situation schon und ich habe ich wollte es nur nicht in den livestreams zeigen weil ich ja schon eine folge aufgenommen hatte auch wenn ich sie wieder verworfen habe gibt es es ich halte es ja doch noch fest irgendwo nur jetzt auf eine etwas andere art und weise und ähm naja mal sehen was man überhaupt noch machen kann wenn man hier jetzt mal so gar keinen held dabei hat also echt mal alle helden vergessen und mit pecker bobert sollte das hier glaube ich reingehen ja ähm ist es glaube ich ist es ist glaube ich sehr 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 schwer dann was zu reißen aber clan book hatte noch noch wegbekommen karre hat er gewechselt ich weiß nicht ob jetzt die karre grundsätzlich drin war oder ob er noch mal gewechselt hat aber ähm es ist schon es ist unheimlich schwierig hier jetzt was zu reißen muss man einfach mal so sagen ähm aber okay was willst du machen irgendwann musst du deine betspels bringen also zumindest noch mal alles raushauen was was denn so geht und äh 23% das heißt also hier gehen noch ein paar prozent natürlich mit dem fledermaus zauber allerdings brauchst du jetzt den nicht übers rathaus schicken denn da stehen x bögen da steht ein multi inferno und natürlich auch das rathaus was dann auch noch mal heftigst feuert hier und da musst du nicht gegen anstinken wenn du auch vor allen dingen obwohl man hätte das noch irgendwie reißen können mit dem elektro äh mit mit dem eisgolem richtung rathaus schicken der wäre nämlich auf den inferno gegangen und dann die bets vielleicht doch übers rathaus mit dem gieß rein oder so hätte hätte fahrradkette ist vorbei okay 33% also äh stand ich an dem abend nicht ganz alleine da und ähm wie es denn der zufall so will hier haben wir den aufstieg tatsächlich leider verspielt ähm wir sind immer noch in meisterliga 3 äh okay ich hab ein paar marken bekommen das schlimme ist vor allen dingen wenn wenn wir mal in die gruppe gucken und in den clan selber ähm details ah ne nicht details sondern wo kann man das denn jetzt eigentlich sehen im plan das tolle ist ich hab ich hab dann nicht genug einsätze gehabt um acht sterne zu schaffen geil ne ja 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 also nicht ganz nicht genug um acht sterne zu schaffen das heißt ich habe nicht mal den ganzen bonus bekommen aber ich hab jetzt ledigerweise noch den noch noch den boni von den gewonnenen spielen bekommen denn wir haben auch nur einen klankig verloren nämlich genau den haben wir verloren und ähm und der war gar nicht mal so unwichtig ich meine wenn wenn sascha und ich jetzt jeder nur nur zwei sterne geholt hätten wären das vier sterne mehr hier gegen french touch das heißt also wir hätten 31 28 eigentlich gewinnen sollen wenn nicht sogar höher denn wir hatten ja einen clan der war in unserer verfolgung den haben wir sogar abgehangen weil wir die den tag vorher glaube ich geschlagen haben mal gerade gucken oder war es der tag danach ähm ne da war es auch nicht wo haben wir die denn schon geschlagen oder war es der letzte tag ich weiß es jetzt gar nicht mehr ich glaube es war nicht der letzte tag da haben wir auch nochmal gewonnen äh ne ich weiß jetzt nicht wo wir wann wir gegen die gespielt haben ach ne das war sgsa richtig gegen die haben wir gespielt und ihr seht das hier mit vier sterne mehr hätten wir schon 200 ähm ne vier sterne mehr wären jetzt 291 gewesen und 10 drauf für den sieg wären dann 301 gewesen also wir hätten hier die liga mit vier fünf sterne hätten wir gewinnen müssen eigentlich wäre uns dieses dilemma hier nicht passiert naja was willst du machen ähm auch da müssen wir jetzt durch müssen wir nächste saison nochmal kämpfen allerdings hatten wir auch Sorge dass ein Angriff vier beziehungsweise wir hatten Sorge oder haben natürlich dann Sorge wir können dann auch keine Zwölfer mehr mitnehmen weil ich glaube auch im Meister 2 ist es dann schon sehr schwer im Meister 3 ist es schon schwer für uns drei vier Zwölfer unten habt ihr ja schon in dem Video diese Woche gesehen echt schwer da was ordentliches zu reißen und ähm wenn wir dann noch aufsteigen dann sind unsere Zwölfer hier auch weg das heißt dann brechen hier auch einige ähm weg die äh eigentlich hier mit in der Liga dabei sind aber dann hier nicht mehr spielen können ähm dann müssen wir halt ausweichen das ist jetzt nicht so das Thema aber das nun mal so als Beispiel das passiert natürlich je höher man in den Ligen kommt desto weniger kleinere Rathausstufen oder niedrigere Rathausstufen so will ich es mal nennen kannst du mitnehmen ist einfach so weil du kannst dann nichts mehr reißen und dann eben irgendwo immer nur verlieren oder zu viel verlieren das ist auch ein bisschen bisschen hinderlich aber letzter Angriff hier von von Max 15 auf 15 und ähm ich hatte jetzt aber gar nicht gesehen ob das jetzt schon ein Elfer äh ob das jetzt schon ein Elfer war denn einige Gegner hatten hier ja auch noch Rathaus Elf in den unteren Bereichen aber am Ende hat halt der der jetzt gewonnen hat hier die Liga den etwas leichteren vermeintlich leichteren Gegner am Ende gehabt und konnte dementsprechend auch sternemäßig richtig wegrennen konnten wir nicht mehr entschuldigt konnten wir nicht mehr gegen an und ähm aber da kann man mal sehen zwei Angriffe machen eine ganze Woche Arbeit zunichte naja so ist es wir haben uns äh schon also wir ärgern uns dann nicht mehr darüber also ich zumindest nicht mehr ähm und äh aber in der Tat ähm habe ich mir dann auch sagen lassen dass ich ähm ja tatsächlich dann nehme ich auch kein Blatt vor den Mund ich mache nur noch 0815 Angriffe das ist auch richtig tatsächlich ähm bin ich so ein bisschen eingestummt vor allen Dingen jetzt in der Liga Woche wo ich auch Urlaub hatte da bin ich irgendwie so ach ein bisschen Clash müde gewesen ich hatte also nicht so den Drang so hier in der Bude zu hocken und Clash of Clans zu spielen sondern war echt ähm war ein bisschen bisschen aktiver draußen und äh ich wollte gerade sagen ich habe die Krise genossen nein ich habe die Krise natürlich nicht genossen aber ich habe dann jetzt auch nicht mehr so den Ultrafokus hier drauf gehabt ist vielleicht auch ein kleiner Fehler gewesen ähm eine Urlaubswoche in die Liga Woche zu legen aber äh das kann ich das plane ich ja vorher auch nicht ist die Liga wird besser ist ein Clash of Clans das Spiele werden besser und ähm ich kann jetzt ich kann ja immer nur sagen ich gelobe Besserung oder auch nicht ähm das kommt immer ganz natürlich auf den Gegner an aber ich hoffe das ganze die kurze Fazit des Aufstiegs fest spielt hat euch ganz gut gefallen wenn ja dann lasst mir jetzt am Ende einen Daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und äh nicht denken ich wäre jetzt nicht mehr am Start war nur etwas fauler was diese Woche angeht bis dahin schönen Wochenstart euer Toto Best Outro Bis zum nächsten Mal.